Was war der zuletzt für einen Feichel? Das ausgerettete Titelfeich, also daran erkennt man natürlich ganz groß. Das war klasse, das war ein absolut überzeugender Torhüter. Ich bin mal gespannt, wie er hier seinen Reichweitenvorteil ausfiel. Er wird seinen Gegner mit seinen Klassikern auf Distanz halten. Was meinst du? Ja, ich denke schon, das ist schließlich eine super Strategie, um sich selbst keiner großen Gefahr auszusetzen. Ja, guter Schlag von Miller. Oh, saubere Kombination von Stube. Die bearbeiten sich gegenseitig mit Knie-Stößen. Er trifft mit der rechten. Klasse, wie er hier diese Treffer setzt. Perfektes Timing. Da war die rechte Overhand, aber kein Treffer. Ja, ebenso. Kinostik. Das war das Haus.